212. Folge von Towns Aber so geht's auf jeden Fall, ne? Jo, das funktioniert schon mal. Überall ausgewählt, außer da. Achso, wir haben mal die Shift-Taste eben vergessen zu drücken, ne? Und schon ging das hier nicht mehr. Und da geht nicht, weil da unten drunter was fehlt. Okay, mach das nochmal aktuell richtig. Und würde ich jetzt zwei ja so hinbauen. Ja, und hier müsste man auch, aber eigentlich noch nicht, ne? Der eine ist auf jeden Fall weggeräumt worden. Hier können wir definitiv unloggen. Den können wir aber auch destroyen, weil der ist schon schäbig. Unlock. Unlock. Und den auch unlock. Den denke ich mal auch, genauso wie den da. So. Und dann läuft das hier auch. So. Jetzt können wir hier bestimmt auch was machen. Okay, die zwei gehen. Die Reihe wird schon schön zugemacht. Wo steht hier eigentlich der Dingens? Okay, da hinten. Aber noch geht man da hoch, oder kann man da hochgehen? Destroy. Und wir können auch definitiv hier unten welche hinbauen. Geht da auch, weil hier sind ja noch ein paar über, ne? Okay, das ist ja geklappt da. Da ist schon alles zu. Dann können wir auch wieder weitermachen hier. Geht da auch. Shift hast du nicht gedrückt. Der ist mal so. Ja, guck mal da. Der letzte in der Ecke noch. Und dann ist das auch schon die Reihe fertig. Da ist noch einer. Machen wir das so noch. Wurde umgebaut, wurde gestopft da oben. Läuft, ne? Ja, der ist auch ausgewählt. Läuft. Hier können wir schon ein paar wegmachen. Destroy. Ja, das geht alles anders. Der kann auch anlockt werden. So, jetzt wäre es schön, hier hinten noch einen zu bekommen. Aha. Dann geht es auch davor weiter. Läuft. Alles gut. Warum läuft er nicht zurück? Keine Ahnung. Okay. Gut, wird was, ne? Und nachher nur aufpassen, dass wir den letzten hier in der Ecke haben. Sonst können wir die nicht zubauen, ne? Okay. Das geht alles. Da hinten gibt es auch wieder einen. Also, weiter vor. Hier können wir den zerfallenen kaputt machen. Und den Körbe bestimmt auch andocken. Hier sind auch ein paar. So. So. Sollte gehen. Der ist schon runtergefallen, weil er nicht geht. Okay. Nehmen wir den unser Zentralen. So. Und das ist irgendwie anders. Okay. 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 Wieso hat er den da jetzt nicht hinsetzen können? Okay. Nächsten bitte. Nächsten. Nächsten bitte. Bist du dir das nicht? Okay. Nächsten bitte. Nächsten bitte. Ja, geht, ne? Shift hast du nicht gedrückt, aber jetzt. Okay, unlock, unlock, ja ich denke der ist auch anzulocken, können nicht mehr viel hochgehen. Ja, mach den mal auch anlock und diesen hier können wir jetzt destroyen, genauso wie den da. Da ist auch noch einer. Läuft hier, ne? Der ist natürlich runtergefallen. Jetzt läuft der da hin und bringt den da. Ah, der war jetzt nicht so positiv, ne? Da kommt noch ein paar. Okay. Jetzt ist die Frage ob da noch was klappt. Der geht auch weg und machen wir hier nochmal ein paar hin. Ja, den können wir jetzt nicht setzen. Muss man nochmal machen. Vielleicht geht's dann aber, weil wir da unten was gemacht haben. Dann haben wir ja die Dinger gemacht. Ne, Unlocker Verkehr, den kannst du destroyen. Okay. Der ist schon mal zu, das ist schon mal gut. Auswählen. Okay, den einen haben sie auch gerade zugemacht. Das ist super. Dann geht's da auch weiter. Schiff hat's wohl nicht erwischt. So. Und. So. Er ist da oben am stehen und wartet auf Weihnachten. So. Ist ja bald wieder. Gut. Interessanterweise funktioniert das dann noch hoch zu gehen obwohl wir den disabled haben, ne? So. 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 Ja läuft, ne? So. So. Okay. Sollte man alles setzen können. Na. Gestaltet sich jetzt hier ein bisschen schwierig, ne? geht jetzt müssen wir mal hier hinten irgendwo die stelle finden wo man hat wo gibt es da eine mauer und keiner weiß wo da ist er da ganz hinten war er ok den können wir auf jeden fall auch schon setzen jetzt sind es nicht mehr viele da müssen wir etwas anders machen so gehts oh wird mal schnell weggeschubst oder wie ist das oh der geht nicht da fehlt unten links gar verholt den weg den auch den können wir noch anloggen den auch das toll den auch so jetzt können wir den nochmal auswählen naja jetzt gehts die beiden auch noch der auf der ecke ist auch gesetzt worden dann das weg so ok wir aufpassen dass es klappt wir müssen hier schon so anfangen oder jetzt hat es hier nämlich doch hat funktioniert dass er den dann noch hingebaut hat da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet dass es geht ok da ist noch einer kaputt und die restlinien sind alle intakt unlock 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 so die letzten dinger sind zugange und da müsste gehen ne ok jetzt kommen die aber nicht mehr runter der geht wir können alle runter jetzt mal das falsche gebaut sehe ich gerade das war natürlich nicht so dolle jetzt haben wir das problem wieder dann ne öhhhhh tschuldigung hm 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 ehhh hm Entschuldigung, nochmal. Hä? Jetzt haben wir das da verbaut. Oh, oh, oh. Kriegen wir das Zeug da jetzt weg? Gar nicht, oder? Oh, 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 oh. Ich glaube, jetzt haben wir es falsch gemacht, irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht. Destroy. 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 Eigentlich müsste das hier deletet werden, aber das funktioniert irgendwie nicht. Gucken wir mal, ob wir es so hinkriegen. So, jetzt müssen dann welche kommen und das da hinbringen. Da kommt auch wer. Komm auch dabei, ja? Tja. Sind die da gefahren? Nein, die bleiben nur da drunter stehen, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Was soll ich da jetzt machen? Zerfallen die Gans und dann kriegst du sowieso in den Bahn, aber wie ist das? Ich hab grad neue Leute gekriegt. Cool. Hier kann man da wegschmeißen. Destroy. Ja, weiß ich auch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie das da weitergeht. Ja, gut, okay. Dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.